also holz braucht der locks auf jeden fall dann braucht der planks slabs braucht er und stares und türen was muss gut das gucken und da muss man so das heißt holz immer noch ich habe noch nicht genug das ist nur in winter biome aber ich glaube wir haben noch eins gefunden ich glaube ja oh je das heißt winter biome suchen mit spaßig da braucht es nur noch glaspellen das ganze uhrquarkzeug und die beiden eichenholz türen ja dann mache ich mal das glas hier haben wir sogar noch glas der macht ja eine saugerei hier was denn lehn nur ein paar sticks rum so ein paar ja naja ich bin ich kann ja mal auf das so genaue winterbeam hatte ich vor aber sonst suchen wir ewig wir müssen auch noch bier im gesetzling müssen wir glaube ich auch noch haben wenn du welche findest ok dann nehm mal eine workbench mit unten weil ich keinen bock habe jedes mal hin und her zu dackeln fehlt ganz der holz also schauen wir mal da war eine pyramide so oakwood kriegst du schon mal planks 114 stück da unten ist die da unten ist die wüste nein da musst du ja shoppen dann geh ich mal ab der wüste suchen bumm nicht blöd hm was hast du gesagt ja bin ich auch ja ok black in coming ist das so ein bisschen bei dem haus ja ist ja gut also ich hab zum menschen mal holz gefunden ja holz wir brauchen aber es wäre glaube ich besser naja ich merke immer das trotzdem macht es wieder so ein komischer riesen turm haus gebäude ding spons das ist ein hässliches teil ja was bist du denn okay ich bin hier zu mietenhügel noch mal ein bisschen die sägemühle begatten hier so dann mach mal ich brauche mehr holz definitiv das ist auch wieder ein riesen dorf so wie es aussieht schön aus akazien holz jetzt das markiere ich mir auch mal mehr holz mehr holz für mich ein paar äpfel äpfel sind gesund so sägemühle arbeite mal für uns genau äh was ist das denn ach so ähm farbiger gehärtete clay zahnräder die mitten in der landschaft rumstehen also was für ein gründer wenn man manche nimmst kunst ja also mann ich ja nicht alle aber manche schon mhm 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 5 mhm so die haben wir auch für dich warum trage ich eigentlich nametags mit mir rum ich auch nicht selbst im feld jetzt braucht er nur 170 oak treppen ja wo sind wir denn da ok das soll wohl so eine art stadt darstellen 70 treten schon aus ein bisschen loy freut dich mal zu mir okay was ist das Was sind denn die Fiecher? Ich hab keine Ahnung. Sind die Böse? Ich weiß es. Ne. Das sind die Züko-Creeper. Farmers. Was ist das denn? Please be careful to the flowers. Nice to meet you. Oh, nicht schlecht. So ein Mini-Creeper-Dorf. Ne, hier sind Tiere. Was? Sogar alle Tiere. Stimmt, ja. Ajo, Nintendo. Trading? Ne. Ach, das ist von diesem Voxels-Mod. Ach, hier ist ein Trailer. Guck mal. Hey. Den man hier anklicken. Doch, ich kann den hier anklicken. Den Custom-Trader. Ach so, ja, weil du den anklickst. Ne, sagt Quarz. 21 Voxels. Ach, hier kann man solche Sachen verticken. Äpfel, 11 Voxels kosten die. Okay. Ey, cool. Dann machen wir doch mal einen Punkt hier. Jo. Zack. Wusstest du, wie viel Kohl ich hab? Weiß ich nicht. Ach, 16 hab ich. Okay. 16 Voxels. Die Böldersfrau hat eine ziemlich laute Stimme, wenn die bisher erreicht. Pust. Wenn man es mal so sieht. Was ist denn das? Ist das? 1634. Ach, schade, der hat keine. Akaziertüren hat der, schade. Hm. Wäre ja auch so einfach. Crafting-Tables hat er. Block of Redstone. Fire Charges. Okay. High Snake. In Minecraft E, sagt er. Muss auch mal sein. Genau. Na klar. Und da wir Folgen dafür brauchen. Und das wird wieder dunkel. Was kacke ist, hab ich keine Lust drauf. Gibt es noch mehr Trader? Oder gibt es nur den einen? Citizen Thorsten. Okay. Okay. Nee. Haben wir tatsächlich noch nicht so ein Dorf gefunden. Jetzt das erste. Mhm. Aber coole Sache. Ja. Gibt's cool aus. Ready. Lustig. Auf jeden Fall. Na, ich hab mal wieder einen Höllen-Eingang gefunden. Ja, wichtig wäre auf jeden Fall. Ein Winterbio empfinden. Da kann man gut einkaufen. Ja. Ja, wenn man die Sachen braucht. Aber der eine da hat jetzt nichts so wirklich von Interesse eigentlich. Mhm. Leider. Ja. So, dann wollen wir mal 170 Treppen bauen. Mhm. Viel Spaß. Das sind zwei, drei Stacks fast, ne? Mhm. Ja, etwas mehr wie einen hab ich ja schon. Na dann. Bist du gezwungen, das zu spielen? Haha. Ja, sicher. Hinter mir steht's, ne? Einer mit der Knarre. Nein, Spaß. Nee, natürlich nicht. Aber Minecraft ist halt, spielen wir halt gerne auch zwischendurch. Jupp. Aber auch nur mit Mods. Eigentlich. Ja, diese kurze Vanille-Episode war ja mal okay, aber... Kurz war's. Jupp. Kann man ja so sagen. Ja. Ui, ein Vaniller-Wüsten-Tempel. Vaniller-Wüsten-Tempel. Mhm. Okay. Hätte ich jetzt hier nicht erwartet. So, mehr Holz. Holz. Ich wundere sowieso, dass wir so ewig brauchen, um Winterbillon zu finden. Mhm. Ich hab glaube ich jetzt schon die vierte Würste gewonnen. Oder überhaupt auch ein Falt. Ja. Ach, da sind wir da. Strohmästen. Nightwood spricht wieder mit dir. Ja, ich sieh's gerade. Der ist sehr müdteilsam. Ich frage mich gerade, was das erste da heißt. Streamgame. Wer interessiert denn als Streamgame? Okay, no. Seid ihr? Ach, auch wieder Oakleys. Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt eigentlich schon weg? Ach, erst 4.400? Okay. Okay. Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt schon weg? Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt schon weg? Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt schon weg? Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt schon weg? Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt schon weg? Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt schon weg? Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt schon weg? Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt schon weg? Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt schon weg? Mal gucken, wie weit bin ich denn jetzt schon weg? mehr gehölz was ich bin kurz vorm world border okay das kann sein dass es hier eine gibt oder schon mal wird wird schon mal gut es wird dann nur noch spus spritze 124 128 140 also noch 30 jetzt wird die frage passt es sollte eigentlich reichen zum hengarten nämlich hingebaut hat fehlt eigentlich nur noch jetzt für neue türen ja nur noch spruz durch welche richtung bist du geflogen sieben dann kam ich wo an den word border und er hat mich jetzt noch mal 5000 blöcke weiter aussehen geportet ich bin jetzt muss ich ja wenn dann zurück porten okay fliegen wir in die richtung minecraft invasion und das ist so eine ja so ein endzeit apokalypse mod kann man so sagen genau ist so art wie fallout aufgebaut kann man so sagen damit ja überlebenden die dich angreifen und so was alles solche geschichten das übliche wenn der apokalypse kommt jetzt wollte ich eine dingens abbauen ich bin doch im gelben mod also im süden ist schon mal keins dann fliege jetzt mal im süden nach westen dem world border entlang ungefähr ja siehst du den world border nein na doch ich wurde jetzt nach norden geportet und vom norden wurde jetzt wieder nach süden geportet warte mal sieht man die industrial mod kenne ich nicht der sagt mir gerade nichts der mod oder mod pack das ist eine art ja hinterstuhl kauft wenn das der ist den ich denke oh ich habe mal einen piraten schiff gefunden hey hey ho das ist ein bisschen das brucewort mit dem für dingens na klar erstmal ein schiff auseinanderbauen na logisch ach ich bin am kreativ ja gib dir holz her genau und nochmal ein schiffchen erstmal den mast abbauen hey tschüss tschüss